Wer regiert dieses Land bereits seit 32 Jahren? Wer war immer an der Macht, seitdem wir Kleinkinder waren? Wer nimmt den Armen gern was weg und tut den Reichen niemals weh? Die ÖVP, die ÖVP, wer liebt den 12-Stunden-Arbeitstag? Wer macht sich immer für die Banken stark? Wer holt sich Daten vom BVT, die ÖVP, die ÖVP, die ÖVP, wer ruiniert unser soziales Netz? Wer hält sich nicht an das Parteiengesetz? Wer zahlt den Wahlkampf aus dem Portemonnaie? Das sind wir von der ÖVP. Wer lässt den wahrer Harald ohne Ende abkassieren? Wer würde echt mit jedem regieren? Wer kriegt an der Macht wie Gestank am WC? Die ÖVP, die ÖVP. Wen wählt der Bauer und der Lubi ist? Selbst noch dann, wenn der Obmann ein Teenager ist. Und wer ist korrupt, ist in den kleinen Zeh. Die ÖVP, die ÖVP, die ÖVP. Wer senkt die Steuern für große Konzerne? Wen finanzieren diese Konzerne gerne? Wer ist so Brühe wie die Heilsarmee? Und welchem Gott folgt die ÖVP? Wir folgen Gott, dem allmächtigen Herrn. Er hat uns geschaffen, wir haben ihn gern. Der Herr weist den Weg, wir schulden ihm Dank. Unser Herr, das ist die Leif Eisenbach. Doch, der Herr weist den Weg, der Herr weist den Weg, der Herr schulden. So, der Herr weist den Weg.